So, moin und herzlich willkommen zu Let's Play Benjo Kazooie, Xbox Live Accord Edition, yo! Im letzten Part haben wir, ja, so weit hier fast alles gemacht, ähm... Wir wollten noch mit dem Teppich fliegen und auch noch hier rein, aber ich hab keinen Plan, ob ich da reinkomme gerade, ich hänge jetzt irgendwie fest hier, das ist auch toll. Irgendwie hab ich's drauf, am Anfang des Parts irgendwie so ne Scheiß zu bauen, das wird fast sterben wieder, ey. Ja, geh weg, du gammelige Hand, für Leben haben. Ähm, hier war doch irgendwie so ne gammelige Statue, da ist sie doch, cool. Aber cool, da sind auch wieder Bienen. Ähm, wir sollten eventuell aufpassen, dass mich die Bienen nicht erwischen. Äh, geh weg. Ja, komm. Das hat mich gepikst, ey. Dreist. So, wir müssen noch rein, nochmal. Dafür müssen wir aber auf die Statue mal rauf. Warte mal, wo war die Flugplatte? Irgendwann noch ne Flugplatte, ne? Da sollten wir eventuell mal rauf, weil wir müssen vorne auf diese... Ich zeig das ja mal, wenn wir die Sicht ein bisschen besser haben. Obwohl, können wir auch so da rauf, ich weiß es nicht. Warte mal. Aber wir sollen da... Okay, alles klar, wir sollen hier rauf. Weil wir müssen in die Nasenlöcher schießen. Ich weiß gar nicht, wie oft, aber... Okay. Wir müssen beide mal treffen. Oh, ich hab nur sieben Eier, ey. Verdammte Scheiße. Okay, ein bisschen drehen. Treffe ich? Ja, ich treffe gleich. Gut. Jetzt öffnen sie die Tür unten und dann können wir da rein. Da müsste auch der letzte Jinjo sein. Und die haben auch noch 14 Noten, fehlen uns ja auch noch. Ah, das ist besser. Jinx Nase ist wieder frei. Kommt hinein. Ja, das ist hier. Wir finden hier auch einen Teil der letzten Noten. Okay, mal gucken. Wir sind da Eier und... Ja, wir sollten die Eier auf jeden Fall einsammeln, weil... So viel haben wir nicht mehr. Das ist das Problem. Und vor allem die Noten sollten wir auch mitnehmen. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. So. Okay, fehlt uns wirklich nur der Jinjo und... Gammelhand weg. Geh weg, Gammelhand. Mal gucken, wie wir da oben rankommen. Bleiben wir. Aber erstmal alles einsammeln hier. Und dann mal schauen. So, geht das Ding erst weiter, wenn ich treffe wahrscheinlich. Kann das sein? Hallo? Ich fliege hoch wieder. Hallo? Okay, erlass mich nicht. Hoppala. So. Treffe ich? Ich glaube, es langt aber einmal, ne? Ja, es langt. Okay. Ich höre ihn. Ich höre den Jinjo. Da ist er. Gott, wir haben ihn. Gott, alle Jinjos haben wir auch. Nummer 9. Yay. Fehlt noch das Puzzleteil, das letzte hier drin. Und die Wabe immer noch. So. Okay, jetzt müssen wir... Oh, wie kack ist das denn jetzt? Müssen wir nochmal da raufschießen. Okay, bitte aber drehen, weil ich will gerne von... Genau, von so sehen. Können wir nämlich besser treffen. Und da ist das letzte Puzzleteil auch. Ich hab's gerade gesehen. Ich hab's gerade gesehen. So. Gott, weiter hoch. Können wir mal umschauen. Wenn ich das... Nein. Oh, come on, ey. Das war ja... Wohl haben wir kurz, ey. Ja, aber wir haben nur 10 Eier noch. Und deswegen müssen wir mal schauen. Und da rüber. Oh, das könnte knapp werden. Ja, klasse. Autsch. Ei. Das tat weh. Das tat echt weh. Woo. So. Ich würde dir gerne noch sagen... Jetzt fang ich an zu treffen. Jetzt fang ich richtig an zu treffen hier. Acht Eier noch. Woo. Cool. Okay, wieder rüber da. Vor allem, wir waren ja sogar auf dem Teppich drauf. Ich bin rollhergefallen, weil ich zu dumm war. So. Von der Seite würde ich gerne sehen, weil... Und dann rüber da. Hui. So. Gut. Nur noch da rein, dann haben wir alle Puzzleteile zumindest schon mal. Gut. Nur noch rüber, dann haben wir alles. Gut. Und rüber. Hopp. Okay, wir haben's. Alle 10 Puzzleteile. Da, 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 da. Wir haben's. Gut, gut, gut. Okay, würde ich sagen, abwärts wieder. Aber wenn der so... Dass ich jetzt hier nicht so ultra Schaden bekomme... Das wäre echt unnötig, weil ich habe fucking wenig Leben. Okay. Da. Ah, ich will rauf da. Mal. So. Hm. Wir müssen mal auf den Teppich rauf mal. Der müsste oben mal hin. Da oben drin. Rechts habt ihr es ja gerade gesehen. Oha. Fuck, haut ab. Und wir sterben jetzt, wenn wir nicht direkt kommen. Okay, raus hier. Okay, warten wir kurz eben, bis er wieder da ist. Dann chillen wir hier so lange mal ab hier. Da, 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 da. Teppich, wo bist du? Teppich, Teppich, Teppich. Da bist du ja wieder. Da kommt er her. Er driftet hier lang. Er hält an. Cool. Gut, wir sind da auf. Juhu. Okay, ich würde gerne da oben hin. Da oben habt ihr ja auch Gobi gerade gesehen. Die hier. Da ist er wieder. Hallo. So, zwei, zwei Kackstücke. Da ist auch die Wabe, die letzte. Gut, ja. Wir haben beide. Aber die zweite wissen, wo sie ist. Sagen wir mal hier so. Er sucht sich an Schatten, dieses Plätzchen in einem Lava-Level. Aber das Lava-Level gibt es gar nicht im Spiel. So, ein einziges. Wir warten, ob es der Teppich hier da ist. Aber ich habe keinen Bock runter zu jumpen. Ich sehe nämlich nicht wirklich viel. Und das will ich nicht riskieren. Fehlen uns noch zwei fucking Noten, Alter. Keine Ahnung. Komisch. Mal schauen. Jetzt müssen wir gerne mal gucken. Denn die letzte Waben müssen wir ja eh noch holen. Deswegen ist das jetzt nicht so eine tragische Sache. Komisch ist es aber trotzdem schon. Weil wir zwei Noten hier eingesammelt haben. Ich habe keinen Plan wo. Ganz im Ernst. Gerade keinen Plan. Irgendwo drinnen vielleicht? Oder hier vorne irgendwo noch? Ich weiß es gerade echt nicht. Okay. Könnte eine Problematik werden. Dass ich jetzt zwei Noten hier abdrehen darf. Weil ich nicht finde. Note. So schnell. Die ist auch nicht gerade draußen. Ne. Alles klar. Wir müssen da durchfliegen. sowieso. Ja. Im Klasse. Wenn ich dich treffe, sterbe ich gleich. Und zack. Aktiviert. Da ist die Leute. Da ist die Leute. Let's singen. So. Sieht nicht gut aus. Sieht überhaupt nicht gut aus. Diese verkackte Kamera ab und zu mal. Ich will kurz mal rumlaufen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich irgendwo was... was. Boah. Boah. Oh, oh. Okay. Ich wollte gerade sagen, wir können jetzt hier sterben. Das wäre... unpassend. Und hier ist auch nichts. Und hier ist auch nichts. Höhlen wieder. Am Anfang vielleicht auch noch Notenlieger. Autsch. Ja, vor allem... Ah, das war die Mauche, ey. So. Wenn wir mal am Anfang gucken. Dann habe ich sie da liegen gelassen. Das kann auch sein. Aber bitte nicht jetzt hier unnötig drauf gehen. Aber hier ist auch nichts. Hier ist echt nichts. Guck mal, hier ist auch nichts. Oh, oh. So. Warum sind hier Turnschuhe vor allen Dingen? Warum sind hier Turnschuhe? What the... Hä? Okay. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Wabe einsammeln. Das werden wir jetzt machen auf jeden Fall. Und danach werde ich off-screen sonst mal nachschauen, wo wir die beiden... Wo ich die Noten vergessen habe. Also ich werde alle Dinger nochmal ablatschen. Und dann werden wir weiter gehen. Weil ich werde jetzt nicht hier die ganze Party rumhocken. Wow. Die ganze Party rumhocken. Noch ein Level. Noch ein Party rumhocken. Wir müssen jetzt erstmal da durchfliegen. Da hinten. Ach Gott. Können wir mal ein bisschen schneller fliegen? So, gefangen. So. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Dass wir da leicht durchfliegen. Na, komm. Ich glaub das nicht jetzt. Wir sind nicht gestorben, weil wir nicht durch das Ding geflogen sind. Nein, wir sind gestorben, weil... Wir uns vor dem Ding treffen lassen haben. Ich glaub's nicht, ey. Jetzt kann man... Oh. Ey, unglaublich. Das ist krass gerade. Das ist krass gerade. Oh, ja. Das war klar. So. Ich muss grad sagen. Irgendwie muss man da hochkommen. So, hoppala. Und hoppala. Hoppala. Lange wir in dem Level jetzt schon rumgammeln. Das ist unglaublich, ey. So. Okay, gut. Ach, fuck die ist gar nicht... Oh, nicht dein Ernst jetzt, ey. Ich glaub's nicht. Das Ding ist nicht aktiviert mehr. Oh. Ich raste aus hier noch, ey. So. Wow. Kann das sein, dass wir in der Pyramide, wo das Rätsel war, mit der Zeit, dass wir da was nicht eingesammelt hatten? Kann auch sein. Wenig bezweifeln gerade. Na, komm. Leck mich. Lass mich bloß in Ruhe, ey. Lass mich bloß in Ruhe. Ich grad... Ich grad... Ich grad drehe ja gleich wegen dieser Kackwabe, ey. So. Warte mal. Warte mal. Okay, ich dachte grad, ich hätte was gesehen. Doch nicht. Hat mich geirrt. Okay. Das ist bescheuert jetzt, weil... Ich dreh ab hier noch, ey. Ah. Drei Parts können wir in dem Level hier rumgammeln wieder. Aber es war leider auch so zu erwarten nachher, dass die Level so... Dass die Level so lang werden. Dass wir länger brauchen als zwei Parts. Wow. Mein Gott, sind wir weit geflogen. So. Jetzt bitte auch die Wabe erwischen. Das wäre nett. Weil ich mal gleich echt aufs Green gucken, wo wir die jetzt beiden vergessen haben. So, ja. Na, komm. Ey, ich will jetzt diese Kackwabe haben. Alter. Ich glaub das nicht jetzt, ey. Ich. Ganz klasse. Jetzt hab ich... Ich glaub's nicht. Ich bin unfähig, diese Kacke einzusammeln. Ich glaub das echt nicht. Ja, diesmal nicht vergessen. Wir müssen erst das Ding aktivieren. Bevor wir wieder fliegen. Und das unnötige Versuch, da durchzufliegen. Boah. Ich dreh durch. Ich dreh euch nicht durch, ey. Leute, ich glaub das wird ein langer, langer Part noch. So. Vor allem, es gibt da eine Flugplatte nur, oder? Kann das sein? Ich glaube es nicht. Hallo. Ich würde gerne... Ich geh jetzt durch, danke. Mein Gott. Die einzige Flugplatte ist da hinten, oder was? What the fuck? Kommst du mir ernst. Alter, wie unfähig das gerade war. So, hopp. Okay. Auch hier noch einmal. Weil es so viel Spaß machen will, wenn wir das nochmal machen. Warte mal, ich will kurz was schauen. Nicht, dass wir hier irgendwo eine Note vergessen haben. Aber ich seh auch keine hier. Ich seh echt keine. Das ist halt das Problem. Ich glaub echt eher, dass wir irgendwo drinnen was liegen gelassen haben. Kann ja nur sein. Das wäre das einzig logische jetzt gerade. Hm. Aber wo? Vier Möglichkeiten haben wir. Und ich hoffe nicht, dass die Möglichkeit links da oben ist. Aber die kann's nicht sein. Da waren wir alle da hingesammelt. Kann das nur hier vorne sein. Beim hier, ähm... Labyrinth. Dass wir da irgendwo Noten vergessen haben. Kann sein. Ich weiß es nicht. Muss ich einmal nachschauen. Aber ich glaub, diesmal klappt das echt. Ja, wir kriegen's auf jeden Fall. So, gut. Wir haben's. Okay, weg hier. Okay, Leben noch zu. Jetzt haben wir acht sogar. Gut. Ich setz kurz einen Cut und guck mal nach, wo wir es vergessen haben. Bis gleich. So, ja. Jetzt meine Noten waren hier drinnen. Und ja. Wir haben's geschafft, denn... Ich war ein bisschen doof. Wir waren hier sogar schon drinnen und... Ja. Naja, was soll's. Dann gehen wir jetzt raus hier. Können wir die Welt endlich verlassen? Meine Fresse. Ihr glaubt nicht. Ich hab das ganze Level nochmal abgesucht. Alles. Wirklich jede scheiß Stelle. Und da hab ich gedacht, so, ja. Dann kann es eigentlich nur noch da drinnen sein. Und ja, stimmt sogar. Wir haben vergessen, ein einziges Ding anzusammeln. Wir waren in jedem von diesen Kackdingern. Ich hab nochmal den Partler nachgeschaut, wo wir da drinnen waren. Und ja. Fail, würde ich sagen. Gut. Dann raus hier. Na gut. Wir haben jetzt ungefähr noch sechs Minuten Zeit. Um hier wegzukommen. Um in die nächste Welt. Obwohl. Gar nicht wahr. Ein bisschen so so ein Freezy Peak nochmal. Dann machen wir das jetzt eben noch. Dann machen wir eben das noch. Dam, dam, da, dam, da. Dann müssen wir eh noch ein Puzzleteil holen. Wir müssen auch das Puzzleteil für da draußen noch holen. Kann das sein? Das haben wir gar nicht geholt für den Schalter. Für den Hexenschalter. So. Komm ich da so ran? Ich glaub nicht, ne? Ne, dann muss ich mit dem Schalter ganz rein. Dann muss ich mit ihm her ran. Dann muss ich mit ihm auf jeden Fall ran. Warte mal. Eins, zwei. So. Oh, wir haben's. Gut. Im Prinzip haben wir das auch. Nummer sechs von hier. Gut. Dann fehlen uns wirklich nicht mehr viele Sachen. Rennen. Dann haben wir das fünfte Level im Prinzip auch. Das sechste Level komplett fertig. Wir müssen jetzt Eis-Level nochmal zurück. Das Rennen nochmal machen, was ich sagte. Dafür brauchen wir ja die Turnschuhe. Und die haben wir jetzt ja. Dann machen wir das eben noch in dem Part hier. Dann machen wir das Level auch komplett. Und dann muss ich rauskriegen, wie wir hier weiterkommen. Und das hier draußen geregelt bekommen. Ich weiß auch das gerade nicht mehr. Aber gut. Aber egal. Hier ist die Schneemusik hier. Ja, Mann. Habe ich schon vermisst, Mann. Nein, eigentlich nicht. Fünfte Level ist das, ne? Dann haben wir das sechste komplett. Mit Goobies Valley. Dann kommt jetzt als nächstes Mad Monster Madness. Müsste kommen. Und dann sind wir auch... Wow, wir sind echt schon weit, ey. Ja. Gott. Jetzt muss ich kurz mal schauen, wo dieser gammelige Bär nochmal war. Ich weiß es gerade nicht. Wir machen das jetzt dem Part scheißegal. Wir machen dieses Level jetzt komplett noch. Ich muss mal kurz schauen. Alter. Ich will Leben haben. Also lass mich in Ruhe. Danke. Das ist meins. Meins, 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 meins. Wir haben acht Leben schon, ey. Wir kriegen aber noch ein einziges Mal Leben dazu. Also nochmal neuntes. Und dann war das, glaube ich, das sogar alles schon. So. Und drüber hier müsste das Ziel sein, ne? Kann es sein, dass hier das Ziel war, ne? Ja, hier ist das Ziel. Müssen wir kurz mal der Strecke hinterher. Da hinten ist das... Ne. Hä? Wo ist der Start eigentlich nochmal? What the fuck? Wo war der Start noch? Ah, da vorne. Ah, ich hab ihn gesehen. Verliegen wir heute erst so kurz in dem Level hier. Und dann verkack ich das schon wieder. Und weiß nicht mehr, wo das ist. Na gut, wir haben sonst ja alles gemacht. Sind die Turnschuhe eigentlich hier vorne irgendwo? Hey, Kumpel, wie wär's mit einem Wettrennen? A geht's los? A, B, ja. Okay, wir kriegen tatsächlich die Schuhe. Ja, ganz einfach. Flitze zwischen den Roten und Stangen durch. Und so schnell als ich. Bla, bla, bla. Komm. So. Geh wem. Wir sind hinterher. Wir haben ja eigentlich schon verkackt, weil... Ja, im Normalfall kommt man da eigentlich nicht hinterher. Das geht gar nicht. Wie willst du das machen? Wie will man da im Normalfall hinterher kommen? Das geht gar nicht, weil... Wie will... Da kommst du mit Katsui sowieso nicht hinterher. Ähm... Ja, ihr seht das selbst. Selbst jetzt ist er doch knapp hinter mir. Alter, schildern nebenab hier. Alter, wie er mich wegdrückt hier, ey. Ja, du Arschmann. Du bist so ein Arschloch. Das könnte jetzt echt knapp werden, ey. Das klappt, glaub ich, auch nicht mehr. Ne, nach... Oh, nein. Ja, ganz klasse. Das war's. Als ob ich die jetzt noch bekommen. Das war's. Ich hab' verloren. Oh. Ja, verkackt. Weil wir uns zweimal so übelst Pech gehabt. Diese Runde geht an den alten Boogie. Vielleicht da jetzt Leben durch. Ich hoffe nicht, Alter. Das wäre gleich Game Over, ey. Den Game Over-Screen will ich euch erst am Ende des Let's Plays zeigen. Denn das ist doof, wenn wir's jetzt schon machen. 3, 2, 1, los geht's. So. Was ist so? Ich hab' Gott sagen, ey. Ja, was so? Oh, was ein beschissener Start schon wieder, ey. Das war echt doch kacke gerade, weil... Volleran vorbeigelaufen, ey. Ich wollte euch mal zeigen, wie es klappt, wenn man sich einsammelt. Aber wenn, der ist so nett und wartet auf mich. Oh, ja. Ey, was zur Hölle. Ja, komm, brech ab, das Rennen. Das hat so keinen Sinn. Du bist zu schlecht. Das macht keinen Spaß. Danke. Ja, war geil, du Arsch. Das ist wieder untergedrückt, man. Nochmal. Ja, drücke A, wenn du bereit bist. Ja, ich bin bereit. Komm, hau rein da. 3, 2, 1, los. So, jetzt haben wir sie auch gleich direkt bekommen. Gut. Hinterher gehen der Boogie, Ugi. Nein, Boogie heißt der nicht. Boogie ist von Kingdom Hearts. Nicht von hier. Ey, du Arsch, Mann. Auf den Weg zu drücken. Oh, nicht schon wieder. Ey, come on, ey. Ja, jetzt können wir knicken wieder. Ich drücke ruhig hier noch, ey. Ich glaube das nicht, ey. Jetzt haben wir mich zum zweiten Mal darunter gedrängt und ich komme wieder nicht da hoch, ey. Oh, come on, ey. Ja, komm. So, komm, steig nicht an. Kleiner 3, 2, 1. Los geht's. So, und hinterher jetzt. Mein Gott, wie das nicht klappt, ey. Ey. Ich glaube das nicht. Ich glaube es nicht. So, knapp gerade, ey. Im Prinzip müssten wir sogar vor mir bleiben. So, jetzt haben wir das endlich geschafft, da mal vorbeizukommen, ey. Alter. So. Und jetzt drückt er mich wieder herum, ja. So. Da haben wir jetzt gerade echt Glück gehabt auch. Weil, es hätte auch echt cheap gehen können gerade. Wow. So. Oh, come on, ey. Na, komm schon. Das wird wieder nichts. Wir verkacken wieder. Ich dreh durch, ja. Ne, das machen wir jetzt so lange, bis es klappt, ja. No. Ich hasse das Rennen. Weil wir immer wieder dieses Pech haben. Entweder fallen wir diese Klippe runter, oder wir verkacken dann eben ein Stück da. So, streng, ja, ein kleiner. Das ist mir doch egal. Auch wenn wir jetzt über 20 Minuten sind. Das ist mir jetzt völlig Banane gerade. Das ist mir völlig Eis. Eisbananen. Ich mag diesen Typ nicht. Ich mag dieses Rennen nicht. Auf mich drücken, Mann. Ich bin der, du Arsch. Ich kann ja auch nicht überholen jetzt mehr. Aber doch, kann ich auch. Ich habe jetzt gerade Schiff gehabt, dass ich runterfalle. Ich habe gerade ganz im Hemmsgrad, das ist mir gewünscht gesprungen. Aber gut, wir haben es noch geschafft, nicht darunter zu fallen. Da, 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 da. Hey, der war auf dem Weg zu drücken, Mann. Er macht ja komische Geräusche, ey. Wow, wir sind draufgeblieben. Unglaublich. Oh, ich glaub's nicht Oh, das ist doch nicht wahr, ey Okay, Leute, ich werd den Part in dieser Stelle jetzt wenden Und im nächsten Part probieren wir jetzt einfach weiter, würd ich sagen, oder? Was soll man den Part jetzt machen hier? Ich weiß nicht, wir holen jetzt einmal noch Wenn es jetzt nicht klappt, werde ich den Part So, come on 3, 2, 1, los Okay Hier fangen wir aus, das klappen Nein, diese Gumbling fahren auch Die sind ein bisschen nervig, wenn man das nicht müsste, können wir aber abkürzen So, lass mich doch Oh, du Pestkopf, ey Mein Gott, ey Das war so kackig, wie das Minispiel Das wär, ja Das war's, schon wieder Gott erlassens Das hat keinen Sinn Ich wär kackt, das so, so nur gerade Ja, es ist, okay, wir haben verloren Ich werd's, ihr wisst ja was, ich mach das ausprobieren sonst Und Ja Oder ist das scheiße? Ja, das ist scheiße, ich find's auch Okay, wir werden den Part an dieser Stelle Und im nächsten Part probieren wir's weiter Bis nächstes Mal Und Ciao Ciao All right.